So Leute, da bin ich wieder zurück und ich habe auch schon direkt was gefunden, nämlich im Season Battle Pass geht es endlich weiter und wir gucken uns mal gerade an, was für Erweiterungen wir haben. Also, wir haben den Rick, schon mal auf jeden Fall in grün, dann haben wir hier diese Neonfarben, ja nicht Neon, wie nennt man die, Metalllook Skins, die werden jetzt reinkommen. Die sehen schon, oh Gott, ich wollte doch gar nicht mehr so viel leveln, aber wenn ich die Skins sehe, dann lohnt es sich schon. Jetzt passt auf gleich die nächste Seite, Page 4, warte mal, müsste noch weiter gehen, die sind schon, die Variante sieht nice aus. Uh, ich glaube, da werden wieder einige doch mehr anfangen zu leveln, die Variante auch voll nice. Also, es wird doch wieder Zeit, ein bisschen leveln zu gehen, auch der Hase mit dem Stil und dann gibt es halt noch hier den Look. Eieieiei, aber dafür müssen wir natürlich einiges machen im Battle Pass, da sind natürlich die ganzen Skins jetzt, ich glaube, es müsste schon bald 200 sein oder so, oder 150, irgendwo da in dem Bereich. Also, ohne Quatsch, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr die neuen Skins, beziehungsweise Erweiterungen vom Battle Pass. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass sowas wieder rauskommt. Und, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn du noch kein Like da gelassen hast, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns, sobald das Update da ist und haut rein. Also, wenn du noch ein Abo raushauen kannst, wenn du noch ein Abo raushauen kannst.